hallo zusammen und einen wunderschönen sonnigen guten tag vom standort des jodlerdörflies in zwei wochen ist schon soweit dann wird hier auf diesem parkplatz das jodlerdorf aufgebaut sein und ich darf das jodlerfest eröffnen hier bei der starttour die man hier sieht das ist am freitag um 17 uhr bad zurzach parkplatz des thermalbads und am sonntag werde ich hier im kurpark neben mir den festtag moderieren und den fest umzug auch noch am nahmittag kommt alle vorbei nach bad zurzach am 10 11 und 12 juni bis dann